Ein paar Probleme gehabt hat. Schauen wir mal, wie es ihm jetzt geht. Leichter Aufwind, das sollte helfen. Gute Bedingungen hättest du da in dem Teil, jawohl. Ja, der war besser, besser, viel besser. Wichtige Reaktion, wichtiges Gefühl für ihn, auch wenn es bei der Landung kurz gewackelt hat. 138,5 Meter. Ja, und das ist auch, er hat jetzt die Gunst der Stunde genützt, aber das brauchst du in so einem Moment. Also wenn du wirklich in Oberstdorf so eine auf den Deckel gekriegst und da hättest du dich mit Rückenwind irgendwie runtergewagelt, dass du halt gerade reinkommst, dann fühlt sich das nicht gut an. Und der Sprung, da hebt es ein bisschen raus, es geht alles ein bisschen leichter, du kriegst du das Selbstvertrauen zurück. Ganz, ganz wichtig für den morgigen W-Kampf. Minus 4,1 Windpunkte, also das ist der Beleg für die guten Windverhältnisse bei ihm, aber das muss man erst einmal.